Vertraut mir, ihr seid nicht bereit dafür. Das ist das Comeback auf YouTube von Sneezy, versteht ihr? Rein in den Lachs. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Bruder, vertraut mir, es ist nicht zu scharf. Wisst ihr, genau so habe ich mich gefühlt, als ich diese Hotchip-Challenge gegessen habe. Ey, bei dem, Leben am Limit gerade. Was die Mitarbeiter wirklich im Lager machen. Was die Mitarbeiter wirklich im Lager machen. Was die Mitarbeiter wirklich im Lager machen. Wenn der Rasenmäher kaputt ist, da wo du mähen musst. Tschüss. Der nimmt einfach von JBL diese Box und macht einfach den Zorn vom Rasenmäher an. Bro. Das sind Menschen auf einem Festival. Leute, ich habe das selber mitbekommen, wie die Leute auf dem Festival sind. Aber das ist geistkrank. Die haben Kreativität im Kopf. Das ist geistkrank. Der Bruder wollte es nur nochmal klarstellen. Komm rein, Bruder. Geh dich also mal. Auf den Bart. Auf den Bart. Der hat was geklaut. Der hat was geklaut. Okay. Wenn man zu faul ist, um was zu trinken, zu holen. Das ist richtig so 3 Uhr nachts. Du hast weit und breit keine Wasserflasche. Aber neben dir liegt einfach ein Bügeleisen. Einfach aufmachen und trinken. Gib ihm. Komm niemals mit einem DJ zusammen. Komm niemals mit einem DJ zusammen. Er... Er sagte, er hatte heute Abend etwas spezielles geplant. Bro. Es war... Mein Englisch ist so fucking gut. Aber es ist nicht das Zorn aus dem Egg. Du weißt? Der Bruder hat kurz vergessen, dass er arbeiten ist. Entschuldigung. Der Bruder weiß einfach gar nicht mehr, wo er ist. Der Bruder weiß einfach nicht, wo er ist. So etwas gibt es nur in Frankfurt. Einfach... Talahun... Endgegner. Er ist einfach der Endgegner der Talahuns. Er hat das Level 9999 erreicht. Wenn du das machst, dann hast du es erreicht, Freunde. Der eine Freund, der alles falsch versteht. Step up here on this chair and close your eyes. Alright? And then... Um was sollen wir wetten, der fällt nach vorne? Um was sollen wir wetten, der fällt nach vorne? We'll catch you. So you have to trust us. I'm gonna count to three. Just relax and fall. Okay? One, two, three. No way! No way! Klasse, wenn der Sportlehrer einmal weg ist. Hey, if you can explode it, I'll give you 20 bucks. Hey, Chat. Ohne Spaß. Es war immer so. Immer im Sportunterricht. Sobald der Lehrer einmal nicht da war, alle waren am eskalieren. Egal mit was. Mit Fußball, mit Basketball. Wir haben die durch die Gegend geschossen. Irgendwas musste kaputt gehen. Irgendwas musste einfach kaputt gehen. Es ist einfach jedes Mal so. Es ist einfach. Und alle am schreien und so. Man kennt's. Schreibt mal in den Chat, ob es bei euch anders ist. Ich verstehe es nicht. Wissens. 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 Seine Lache ist wie ein Motor. Wissens. 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 Einfach gerade Auto gestartet. Einfach Auto am Starten, ja? Der Geschenk auf einer Hauptschule. So. Hä? War das ein Hausaufgabenheft? Safe. Ein Hausaufgabenheft, wo einfach Reisepass draufsteht. So klärt man sich Frauen in 2024. Ey Leute, ich hab da hinten ein wunderschönes Mädchen gesehen. Und ich zeig euch jetzt, wie man Mädchen anspricht. Wünscht mir Glück. Oh ja, da ist sie. Okay. Ähm, Entschuldigung. Ja? Ich fand dich echt super hübsch. Und ich wollte dich fragen, ob ich vielleicht deine Nummer haben kann? Nein? Nein? What the fuck. Nein? Nein! Nein! Erstmal, ähm, ich möchte kenn... Willst du ihn nennenüzelten Jenny oder Jennifer? Jenny. Okay. Erstmal, ich will... Oh mein Gott. Ich dachte einfach, das ist ein Mann. Ich dachte gerade, einfach es ist ein Mann. Ich weiß nicht warum, aber ihre Gesichtszüge, ne? Fuck, das sieht aus wie ein Mann, Alter. Okay. Firstly, I want to congratulate Jennifer. We played in the semi. Sie sagt einfach Jenny. Und sie sagt Jennifer. Guck mal, dieser Blick. Guck mal, dieser Blick, wenn Blicke töten konnten. Der eine Freund von Bao. Einfach Ausbildung, erstes Leer. Er hat so einen Freund. Meine Oma hat es immer noch. Was war seine Mission gerade? Seid mal ehrlich, was war seine Mission? Also wenn die sich beide kannten und der wollte den jetzt auseinandernehmen, dass er hinfliegt und dass er in dieses andere Auto kracht, dann brauchst du keine Feinde mehr. Du brauchst keine Feinde mehr, wenn du so welche Freunde hast. Verstehst du das? Aber wenn er das random gerade gemacht hat, ich glaube, ich würde den hauen, ja? Noch drauf wie früher. Was? Okay. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Vio V, du hast deine Freundin studiert. Hey, 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 Perle, was geht, Alter? Kannst du mal aufhören? Oh, Perle, warum siehst du so gut aus? Liegt nicht? Hör auf damit, ist doch kein Angst. Der hätte die auseinandergenommen. Der hätte die auseinandergenommen damit. Boah, ich weiß nicht, ob das bei mir auch funktionieren würde. Weiter this morning. Boah, der hätte diese Skills wie beim Friseur mit der Schere so. Der hat das an der Kasse. Noch nie so einen Kassierer gesehen. Dieser Gender-Reveal war hardcore reingeschissen. Oh mein Gott. Wie kann man so reinscheißen? Was hat er sich gedacht? In dem Moment, wo der Ball auf ihn geflogen kommt, was hat der Bruder sich aber gedacht? So, warte, mach nochmal. Also vielleicht hab ich gleich noch einen Versuch. Aber was? Jetzt ernst. Was hat er gedacht? Bro, guck mal, wie, guck mal bitte, wie stumpf dieser Ball vor ihm fliegt. Nah, bro, nah, nah, nah. Äh, äh. Er hat's nicht so ganz verstanden. Was? Einfach reinschieben, egal. Das ist Billard, aber ist egal. Ich glaube, er hat sich verkockt. Nah, ain't no way. Yo, that dog does look like a lion, though. Am I trippin'? Einfach F für den gefallenen Bruder, ja. Der wird... Hä? Aber warum? Der ist in der Stadt. Woher dieser Löwe? Äh, dieser Tiger? Nee, Löwe war das, ne? Woher dieser Löwe? Woher kommt dieser Löwe ab? Schuss Tetam mit? Hier ấy. Ich saisi Thal cargo. Ich saisi. Schüsse, ich kann.. Ich spiegel.